Es ist der 22. Juni und wir feiern heute den Namenstag von Rotraut. Oder Rotraut mit D oder mit T. Je nachdem wie es geschrieben wird. Ja, Rotraut hat seinen Ursprung im Alten Hochdeutschen und bedeutet so viel wie die ruhmreiche Starke. Rotraut ist aktuell 70 Jahre im Altersdurchschnitt. Ja, warum feiern wir heute den Namenstag am 22. Juni? Das liegt an Rotraudes oder Uthrodes, die Mitte des 19. Jahrhunderts lebte. Und sie war eine Tochter der Nichte von Karl den Großen und lebte als wundertätige Jungfrau in Nordfrankreich. Sie wurde dort verschleppt und später vom Grafen Balwin gefunden. Dieser gründete dann später ein Kloster und dominierte dort auch die Beine der Rotrodes. Am 22. Juni 1164 wurden diese Reliefen feierlich erhoben. Und deswegen feiern wir heute am 22. Juni den Namenstag von Rotraut. Ja, weitere Informationen zu Namen, Namenstagen und wie man Alterschätzung macht und so weiter unsere App Namechecker. Die kann man im App Store und bei Google Play herunterladen. Und wie man Namenstag im Dialogmarketing erfolgreich einsetzen kann, das erzählen wir unter www.marankon.de-namenstag. Herzlichen Glückwunsch an Rotraut!